Hallo Markus, du hast uns heute für die Praxistipps Kundenkommunikation ein schönes, großes Tablet mitgebracht. Erzähl doch mal, was das hübsche Gerät da an der Wand kann. Ja gerne, Detlef. Es ist ein 55 Zoll Touch-Display, was du hier im Hintergrund sehen kannst. Und es hat gleich eine Kamera integriert, Mikrofonie, Lautsprecher. Ansonsten haben wir hier keine Intelligenz drin. Die habe ich mitgebracht mit meinem Notebook. Bring your own meeting als Motto. Und das stöpsel ich jetzt direkt über das am Bildschirm angeschlossene USB-C Kabel ein. Das heißt, du erweiterst einfach von der Idee her deinen Notebook mit all den Sachen, die du kennst, in Richtung des Gerätes und kannst von da alles bedienen. Ja genau. Und jetzt kann ich zum Beispiel in eine Präsentation reingehen, die ich hier auf meinem Desktop habe und kann etwas markieren oder kann auch schreiben. Du kannst sehen, ich kann mich sogar anlehnen hier. Das bringt die Technologie des Bildschirms mit. Aber soweit ich gehört habe, hat das Gerät auch noch die Möglichkeit mit der Sensorik so ein bisschen was aus dem Raum mitzunehmen an Infos. Richtig, genau. Also wir haben hier eingebaute Sensoren, die zum Beispiel die Raumtemperatur feststellen und passt ja natürlich zu unserer Zeit. Man kann dann feststellen, sind jetzt 19 Grad, sind 21 Grad etc. Also damit sehe ich einfach, dass das Zusammenarbeiten im Team in den Büros, die ja immer nur noch gelegentlich genutzt werden, viel viel einfacher wird, weil du einfach nur den Stecker dran machen musst und dann arbeiten kannst und nicht erst fünf Geräte starten musst. Ich glaube, das wird viele Leute erfreuen und die Meetings vor allen Dingen auch um die Viertelstunde Technik Setup verkürzen. Ja, definitiv. Man kann sofort losarbeiten. Über das USB-C Kabel wird das Notebook auch geladen. Das heißt, ich brauche gar keinen Stromanschluss mehr für das Notebook und das Ganze ist auch Microsoft Teams zertifiziert. Genauso wie Cisco oder Zoom. Also wir können da jede Technologie einfach ein smartes Arbeiten, das mir durch dieses Display ermöglicht wird. Markus, vielen Dank. Cooles Gerät. Ich glaube, da werdet ihr im nächsten Jahr nicht mehr viele bei euch im Lager haben, sondern bei den Kunden draußen. Viel Spaß damit. Da freue ich mich drauf. Danke dir. Ciao.